wie er die überhaupt halten kann er ist schockiert auch hier gibt es noch mehr geld legen munition das ist ja ein traum das wird richtig was losgehen war ich weiß wie viel hier angelaufen komme gott sei dank gibt es kein friendly feuer ja ich bin begeistert ich möchte nicht wissen was hier gleich abgeht wenn ihr so viel munition rumliegt ja alles geflastert mit munition ja geht schon los ich will meine gettlinge da alter schwede die zerplatzen oder dass dieser wahnsinn wir kommen denn da an ich glaube da haben alle die jemals im spiel mit dabei waren ich glaube ich auch leckt mich fett ich würde schon sagen rückzug rückzug gut dass der rechner das schafft ey ja nein das ist krass ja oh gott meine munition geht aus ich muss gleich nochmal über munition laufen schnell ja ich muss auch nochmal sammeln auch gleich nochmal ein hier da ich ja gelernt habe in shootern immer seitwärts zu laufen ich bin das ist ein ganzer fett ich denke ich bin zwei gettlings ja 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 da haben wir ein bisschen munition gedroppt das finde ich auch nice ja kommt da denn dann jetzt ja noch weiter ich habe mir schon fast gedacht bei der munition heftiger typ eine mischung aus doom und star wars ganz gut ab hier ja mann 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 ich bin aber hier noch mal rum und sammeln noch ein bisschen gettung munition platz wo ich bin gibt es noch ordentlich da kommt doch ja links links ja genau wie das aussieht mit deiner gettling mit dann beiden ja und man kann die auch getrennt abfeuern also man muss beide maustasten halten damit er mit beiden schießt ja abgefahren das war rüstung das auch gut so dann wollen wir mal weiter ich habe mal gespannt was da noch auf uns zukommt nur leichter werden ja auf jeden fall auch hier schon wieder so eine blöde drohne die uns so einen scheiß erzählt hier oben ist irgendwas ich weiß gar nicht wie man daran kommt irgendwie das ist in der laterne drin das vielleicht hier nicht tnt oder so ne ja ging aber nicht ja das ist mir auch ein rätsel wenn man dann sieht oha jetzt geht es ja los das ist auch witzig das geht auch hier guck mal ja ich kann in einer Hand die eine und ich kann nicht durch wechseln das ist auch geil ja voll komisch aus irgendwie Sachen gibt es ja oh jetzt ei 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 Mann das ist das Pop-Mobil mhm das ist die kleine Version gute Musik im Hintergrund ja ach du scheiße da steuern wir jetzt das Ding sieht so aus alter das nenne ich mal fetten Mech äh alter die Bewaffnung äh was der erstmal alles hochfahren muss ja das ist ja schlimmer als meine Zahnbürste ja shift links sprinten leertaste granat granat regen ok alter wie du aussiehst eh ok oh mein Gott alter was war das denn was hast du denn gedrückt äh Space dann kannst du mit shift kannst du ja laufen das sah ja richtig fett aus das geht einfach durchgehen ne geht nicht ne mal gucken das war ganz schön gebraucht ach du muss man die auch noch alle platt machen hier ach ich hätte ja in dem Spiel mit alten gerechnet aber nicht dass du da mit Mech durch die Gegend los ja ich auch ja ich auch boah so dieses diese komischen Dinger hier das ist echt mega ja ja die haben jetzt hier auch alle ihre Schilde ja gar ne Chance ne der hat ja als Menschen hatten hatten die ja gegen uns schon keine Chance gut jetzt ja 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 das hat aber gedauert oh das hat aber gedauert diese Raketenregen hier richtiger Flächenbrand oh meine Energieanzeige sind aufpassen jetzt hier ach du scheiß jetzt kommen die ganzen Drohnen an und die jetzt hier kamikaze fliegen habe ich Probleme hier viele sind es ja nicht mehr wieder eine weg ich bin gespannt wie wir da raus kommen aus der Kiste weil wir sind ja reingegangen naja alles klar geht weiter ja reingegangen mit dem Fahrstuhl ja mit dem Kran ja mhm lecker ja hurra ey der fehlt uns noch wow ich bin nicht geschossen oh ich möchte mal sehen andere auf dem boden sind gar nicht nur er sozusagen ach so die tentakel muss man genau so aufpassen oh jetzt kommen unten auch welche fett so lächerlich also was wollen die denn mit ihren kleinen bomben bei so einem fetten meck ausrüsten hier ausrichten und kann gar nicht mehr reden verpasst ihm scheiße ich glaube dann haben wir gleich sein er wächst noch mal das kreuz auch im cockpit ja das ist ein fahrstuhl eingebaut oder ja paul george ringo das war ja ja das hilft immer naja wer hat das buch naja so krass frühstück in frankreich und rum schafft heiliger vater das ist ja unglaublich alter das ist überlegst was das für ein fetter gegner aber den kannst du auch irgendwie nur mit macken ja ich glaube aber vielleicht irgendwelche leute die auf tourist spielen genau so was haben wir denn das jahre ladegeschwindigkeit ist on point warte auf andere spieler mann 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 das gibt es doch nicht sagst ja ja echt immer dieser marcus mehr auf dem müssen wir jedes mal warten ist ja marcus marcus antonio ja maximus aurelius ist ja irgendwie sowas in der richtung geht aber doch länger als ich dachte das game schlecht ja also ich hätte schon erwartet dass mindestens acht stunden geht ja sollte es auf jeden fall das stimmt so when old slavic text we found in italy told us that the middle eastern artifact we're looking for which is actually of alien origin is in france yep this is actually one of our less convoluted missions you sure it's in carcassonne then i am sure it is there but i am not sure a path is wise this grail whatever it is i fear it is anathema unto god men died to hide it to shield world from its influence or to keep it for themselves mal gucken ob jetzt andere gegner noch kommt mhm gespannt und what if cost is our soul i'll write them a check five minutes to drop what's the situation on the ground oh catfu mental capture the town a while back we can expect heavy enemy activity nice i like a challenge you're set to rendezvous with a french resistance so contacts name is michelle she'll meet you on the main square the resistance will get you under the castle naja die haben einmal widerstand falsch geschrieben mit ee und einmal richtig es geht jetzt ab oh ha ich sag mal dafür dass wir gerade am abstürzen waren sind es aber gemütlicher wird So, jetzt sind wir gelandet. Mh. Bin mal gespannt. Hallo, ist irgendjemand da? Quinn, Carter, Kenny? Ja, diese Mission geht gut. Aber schön aus. Die Musik ist ja auch wieder geil. Für so einen richtigen Altmann gehört sich das auch, dass wir jetzt hier straßenartig langlaufen. Alles so friedlich und schön aus. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier irgendwelche Monster rumrennen. Ja. Was ist denn die Schweiz hier? Frühstücke in Frankreich. Oh, wir hatten so schöne Waffen, ey. Gatling Gang. Oha. Wenigstens zwei. Ach du Scheiße. Jetzt greifen die auch noch eine heilige Scheiße. Also wirklich was droppen tun wir auch nicht, ne? Außer Blut. Die Körperteile. Ja. Guck mir mal um, Pinsel, ey. Alter, mit den zwei Knarren, ey. Ist zu geil. Oh, jetzt können wir noch Renn fahren, hier. So, jetzt kommen wir hinterher, ey. Und ich bin aber auch ein lausiger Fahrer. Ist ja geil, dass wir das Original Easy Rider mitnehmen. Ja. Das hat echt was.